Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, die Queen und das Königshaus kosten der britischen Bevölkerung noch nach dem Tod einiges an Kohle. Schade nur, dass die Steuerzahler, die Arbeitsbienen der Nationen, nicht auch noch nach dem Tod weiterarbeiten können, damit es ihren Fürsten gut geht. Der Klimawandel zerstört unsere Umwelt und hat Einfluss auf das Wetter, aber das macht nichts, das ist nicht so schlimm. Wir halten uns an den 100-jährigen Kalender, auch der hat noch seine Gültigkeit. Die NATO bereitet sich auf einen russischen Angriff vor, das ist gut so, das ist fein, da fühlen wir uns sicher. Wir hätten einen kostengünstigen Tipp, einen kostengünstigen Ratschlag für euch. Sagt doch einfach, wenn ihr kommt, dann schmeißen wir all unsere Atomwaffen auf euer schönes Land. Dann haben wir gleich noch einen Tipp für all diejenigen, die Wölfe und Bären in Deutschland und Europa angesiedelt haben, wie wär's denn noch mit Tiger und Löwen, vielleicht noch Elefanten und Nilpferde, dann sind wir hier komplett. Vor einigen Tagen beschäftigten wir uns ja mit der Meldung, dass wer länger arbeitet, also Lebensarbeitszeit technisch, wer also später in Rente geht, der stirbt früher. Das war ja eine Hiobsbotschaft und das konnte sein, dass der Normalbürger, der Arbeitssklave, da gar nicht mehr richtig gut schlafen kann. Darum kommt hier die Meldung. Wenn ihr eure Ernährung umstellt ab 60, dann schafft ihr noch ein paar Jahre länger. Schön zu wissen, dass es so einfach ist. Nun können auch die 80-Jährigen endlich wieder ruhig schlafen und morgens frisch und ausgeruht zum Fließband rasen. Endlich hat die Ampelregierung richtig was Gutes geschafft. Es war ja in der Vergangenheit auch so wahnsinnig schwer, deutscher Staatsbürger zu werden. Endlich wird das vereinfacht und gleich kommt der Ansturm. Viele wollen plötzlich Deutsche werden. Wer hätte das gedacht? Die Ampelregierung mit ihren grünen Ministern tun viel für Volk und Vaterland. Nun mal eine Rüge an all diejenigen aus Schmallenberg, die sich hier beschweren. Es gibt in unserem Land nicht nur für Flüchtlinge keine Wohnungen, auch für die, die hier schon länger leben oder die hier arbeiten oder wie auch immer. Wohnungen sind im Allgemeinen knapp. Also hört auf mit dieser Jammerei. Das große Jammern hat auch bei Annalena Stotterani Baerbock eingesetzt. Sie hat zwar versäumt, im eigenen Land die Frauenrechte zu verteidigen oder für das Wohlergehen der Damen in diesem Land einzustehen. Aber bei den Scheichs in Saudi-Arabien und Katar, da setzt sie sich vehement für Feminismus ein. Das ist auch vorbildlich. Und wir denken, das wird auch von Erfolg gekrönt sein. Mit den Scheichs haben es unsere grünen Politiker sowieso ganz dicke. Glauben wir zumindest. Wir denken, sie haben viel Märchen gelesen als Kinder. Die Märchen aus Tausend und Einer Nacht waren da wesentlich besser als die einheimischen Märchen. Man war schon im Kindesalter international unterwegs. Vielleicht haben sie auch zu wenig davon bekommen. Man weiß es ja nicht. Jetzt jedenfalls sind ihnen Alibaba und die 40 Räuber. Und Sesam öffne dich viel näher als König Drosselbart oder Schneewittchen. Man weiß halt ganz genau, wo mehr Kohle abzugreifen ist. Leute, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch keine Angst und Panik machen. Angst und Panik muss nur der haben, der sich Angst und Panik machen lässt. Geht hinaus, sagt eure Meinung. Standhaft und mit Nachdruck, aber ruhig und gelassen. Dann vielleicht noch einen Daumen nach oben, ein Kommentar und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss und ciao.